Servus, liebe Leute! Heute zu einem Chest Opening, wir öffnen zwei Gratis Truhe, eine Riesentruhe und eine Goldruhe. Ihr fragt euch die Riesentruhe, wo ist denn die? Die Riesentruhe ist auf einem anderen Account, da werden wir natürlich gleich hinwechseln. Natürlich stoppe ich das Ganze, dass ihr das nicht sehen könnt, wie ich da drauf wechsle, aber das sollte euch klar gehen. Hier erstmal auf dem Nebenaccount ein bisschen verziehen, damit das Ganze nicht zu kurz wird und aber auch nicht zu lang wird. Also wir sehen uns gleich beim... Warte, noch kurz einen Shop schauen. Wir sehen uns gleich im anderen Account. Bis gleich. Und wir sind im Hauptaccount und da öffnen wir eine hoffentlich legendäre Riesentruhe. Vielleicht oder episch, keine Ahnung. Auf jeden Fall Gold mal drin. Feuergeister 15 Mal. Das Spiel, boah, kurze Wartungspause. Da müssen wir uns beeilen, 23 Mal der Ofen und 194 Mal den unglaublichen Zap-Zauber. Holy Shit. Weiß nicht. Ich würde aber die Valkyrie fest upgraden ohne den Zap, keine Ahnung. Sehen wir mal in einer der anderen folgenden Zap. Finde ich echt richtig cool. Ich glaube, den könnten wir sogar auf 10 machen, oder? Würde ich mich da... Wie viel brauchen wir auf 10? Wir brauchen 100... Ne, wir brauchen 200, 400 und 800. Na, das reicht nicht ganz. Das reicht nicht ganz. Ja, wir haben 528 Karten dann schon für Level 10, aber ich glaube, den Zap, den können wir uns heute mal auf Level 8. Und dann beim nächsten Mal hoffentlich auf Level 9. Und ja, sieht eigentlich gut aus. Folge, das stimmt, man natürlich auch machen können. Brauchen wir aber jetzt eigentlich nicht. Würde sagen, dann war's das für die kurze Folge. Haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal.